So liebe Leute herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator und wir müssen heute loslegen Warte mal, was ist denn die West Third Street? Wir brauchen wir definitiv 15 Fahrgäste, aber wir haben jetzt Geld zusammen Dementsprechend lasst sich die Mission jetzt gerade noch mal ein bisschen außen vor und wir gehen heute auf was anderes, wir kaufen nämlich einen Gasbus Und dann können wir nämlich die ganz neue Strecke am Goldeneuil entfahren So, damit herzlich willkommen So, heute wird der Gasbus kommen Jaaa Werden wir denn hier? Kraftstoff? Den würde ich auch gerne mal 180.000 Jaaa Andermal So, was haben wir denn jetzt? Das sind eigentlich nur die 2 Fahrzeuge, ne? Elektro theoretisch irgendwann mal Ich guck gerade nur durch Ich bin ein bisschen jung, okay, ist klar Aber ich habe einen Einbisch mit dem Bus hier ausgesucht und wir werden heute den Urban Bay kaufen von Ibiko So 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 Jaaa Wie ist der Ditte? ou Brauche ich jetzt nicht Jawohl Ich freue mich schon darauf da selbst mit dem Bus hinzufangen Gold Island ist wirklich schön Neue Mission, Inge-Tourismus. Wir könnten Anzeigen schalten, um Gold Island von seiner besten Seite zu zeigen. Oh, und unser Streckennetz ausbauen, um einige schöne Routen anzubieten. Und pass auf, dass du langsam fährst. Die Fahrgäste sollen die Aussicht genießen können. So, Wartezeit ändern. Ich würde eigentlich gerne einen anderen Bus nehmen. Kann ich den nicht da einsetzen? So, kann ich den? Ich würde ja gerne den... Warte mal... So, also, Gold Island von Fahrt ändern. R3... Routen-Schießendern... Ich brauche eigentlich... Würde ich die... Also, dann sind wir es mit Gold Island-Werbung. Das heißt, das machen wir jetzt drauf. Dann fahren wir die auch. Fährst du schon von Gold Island auf 3? Verbinde Gold Island mit West Oakwood mit mindestens eine ausgeglichener Routen. Und fahre eine Routen am Morgen und Abend mit einem Erdgas-Bus. Aha. Also, verbinde Gold Island mit West Oakwood. Warte mal, ich müsste die jetzt... Ich müsste die jetzt kurz konfigurieren, die Strecke. Das heißt, ich müsste die ja nur weit verlängern, oder nicht, eigentlich? So... Kann ich die verlängern, eigentlich? Was haben wir denn jetzt jetzt als Haltesteller? Die North Mall, ne? So... So... Lincoln Street So, dann sind sich die da verlängern. West Oakwood, West Oakwood High Street West Third Street Florida Avenue So, das war jetzt mal die längste Route. West Oakwood High Street West Third Marina Regina Regatta and Jetty St. Anthony Church So... Ja. Chinatown South So, dann haben wir die jetzt natürlich schon fertig. Wenn wir Gold Island aufwarten, wird es alles aufwarten, mit einer ausgerichtenden Route. Okay. Ah... Wann mal? Die Gold Island Rundfahrt, die ist ja jetzt ewig lang. dann gehe ich kurz vor die jetzt fahren muss ich noch kurz mal zum painting mit dem bus hier der kunden anwärmung so Bus wechseln Anpassen Werbung Ist das die Goldneine in Werbung schon? Ne, hier, das ist die Werbung In der Ausstattung So Was ich will Hauptfarbe Ich habe gar nichts freigeschaltet hier in Farben Oh Oh, Karte Oh 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 Ich guck nur gerade mal durch Ähm Ähm Änderung übernehmen Einnehmen Werbung drauf So Verlust der Stufung Goldeine Warte mal Kann ich kurz Na, Goldeine muss ich jetzt fahren Die kann ich ja nicht so einfach machen Die Mission Ich glaub Ist das eine ausgeglichste Route Ich glaub Ja, wir müssen es jetzt sehen machen Also Route auswählen Und eine Rundfahrt Hier fahren wir Und zwar mit dem Iveco Gut Äh, eigentlich wollte ich jetzt Was ist jetzt anders geplant Einfache Fahrt bitte Ja Warte mal kurz Lass sie verlassen Boah, ey Ihr nervt mich leider So, warte mal Also So, Karte Äh, normale Fackkarte, Tageskarte So So, dann nehmen wir die mit So, das war eine Bleibe Hi Ich hab' schön Werbung draufgeklatscht Damit wir Dann niederzufassen Tages-Position, ja. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Hier werden wir sowieso etwas fahren müssen. Aber wir müssen sowieso noch mal eine neue erstellen, weil wir ja die ausgeglichene Route brauchen. Ich hab's ja zumindest mal mit angebunden. Danke. Kleine Welle weiter kaufen. Kommen. 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 Ja, wir müssen jetzt ja nie nach und nach noch neue Busse kaufen. Kommen. 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 Einfache Fahrt, bitte. Ja. Danke. Kein Problem. Geil. Nur hin, bitte. Okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay, Student-Ticket, einfach eine Fahrkarte. Danke. Ich brauche eine Fahrt, bitte. äh, Gold Island ist die nächste Haltstelle, ja, wenn er hier raus muss, dann kommt er zu weit zu Fuß, zu weit zu Fuß laufen. So, jetzt geht's zum ersten Mal nach Goldawein mit dem neuen Bus. Guck mal, das ist bei schönstem Wetter hier. Drone Swarm zu spielen ist irgendwie entspannend und stressig gleichzeitig. So. Ja, aber das wird doch schöner, wenn es mir zu einer geiler gewesen wäre. Ja. 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 Ja, hier ist meine Fahrkarte, entschuldigen Sie die Kratzer, ich wusste sie mir von meiner Fahrkarte, entschuldigen Sie die Säcke haben nichts besseres zu tun, als hier schwarz zu fahren. Ja, ja. Moment. Hier. Ganz oft, mir gefallen sich meine Fahrkarte. So kann auch so rechts, rechts, rechts. Vorhin auf der Arbeit sollte ich Bärengeräusche machen. Schräger Tag. Old Silo. Old Silo. Old Silo. Old Silo. Old Silo. Old Silo. So. Die würde ist ja ein bisschen verlängert. Die hat sie jetzt ein bisschen verlängert. Oh, entschuldigen. Entschuldige. ich habe die doch ausgeschlagen Das hat sich jetzt ausgefahren. So, Fock hat er. So. Dann fahren wir wieder rein. Tschüss. West Cove. West Cove. West Cove. So, das ist der Zahltag. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Fahrkarte haben. Äh, Tageskarte. Wohin bitte. Danke. Nächster. Was für eine Nacht. Ich bin froh, ich stimm dich. Äh, so johnticke Tageskarte, ne? So. Das ist ein schönes Dorf, aber hey. Das dauert aber noch eine ganze Weile, bis wir die mal ausbauen können. Ich habe immer noch, ich muss sagen, ich muss eigentlich mal gucken, ob ich den Bus hier zugeordnet habe und ob ich die Strecke hier. Das kann man sich auch nennen, wie sie sagt, ich kann ihn fahren. So, wir haben jetzt den Bus dafür, ne? Dann kann ich das gut kaufen. Ja, dann läuft, da sind wir noch. Es ist noch ein ganzes Rekt. Das ist jetzt super vor. Ich hoffe, dass den Gelenkbus ist schnell in der Strecke nicht weitläufig genug. Das ist schon wieder ein Rollstuhlfahrer. Zeiltag! So, Leiber kommt, er ist richtig halt in die Position, wenn er gut passiert. 78 So, normale Fahrkarte, Tageskarte. Danke! Normale Fahrkarte, Tageskarte. Hi! Du brauchst eine Fahrkarte? Ja... Ich dachte schon, ich habe die Rampen wieder auf vergessen, aber der fährt nicht so geil. Sehen Sie, Richtung Spiegel, bitte. Ich habe den nicht ignoriert. Warte! 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 Ich habe Gas machen! Warte! 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 Das kann man sehen. Nee, die Lärung nachausbauen. Nein, da können wir sie aber nicht ausbauen. Jetzt mal in die Mitte rein. Kreis kann man das ja machen, um sehr plästiger. Wieder die PS4-Version. Aua! Das war ein Spächer. Das ist noch vier. Ja. Das war die Stücke. Das ist noch vier. So, das war das falsche. Jetzt muss ich mich ganz kurz nochmal durchdrücken. Einmal eine falsche Reisecheibe, das Böken. Ja, das steht passiert halt. Nur hin, bitte. Ja. Normale Fahrkarte, Tageskarte. So, das ist die Lurentücke, Tageskarte, Ausdruck. Okay. Ich kann ihn noch nicht ausbauen. Ah ja, weil jetzt der scheiß Lieferwagen dort mir auf Eier ging. Und dann habe ich nur sicher, dass ich jetzt die Straße gesetzt. Ernsthaft. Weil der mit seinem scheiß Lieferwagen meine Route, meine Bedingungen verschnitten hat. Was ist denn heute hier los? Wenn man die Tür blockiert, kommt der Busfahrer und schimpft. Ja. Nein. Das war jetzt teuer. Neue Busfahrer und so eine Scheiß-Reise. Guck mal, da ist der Typ in diesem scheiß Kripplieferwagen. Geh weg, Mann! Geh weg, Mann! Geh weg, Mann! Ich hab kein... Ich hasse Typenkuhlieferwagen. Ich hab's doch schon erwähnt. Jetzt hört's auf zu regnen. Das war nicht alles, was wir glauben. Das war nicht alles, was wir glauben. So, einschneiden, bitte. So, jetzt wird's mal überlegen. Ich kann dich verteilen, ne? So, jetzt wird's mal überlegen. Ach, jei! Ich zahl' gerade extrem viel Kohle für die Scheiß- und Trattorkosten. Ja. Diese Elektro-Busse sind hier noch. Das ist kein Elektro-Bus, das ist ein Erkatz-Bus. 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 So, nix auf der anderen Stelle, das ist ein Erkatz-Bus. Das ist ein Erkatz-Bus. Das ist ein Erkatz-Bus. Naja, zu schritten, zu schritten. Ah, da kann ich zu dem Ticket einfache Facken. Das ist ein Erkatz-Bus. So, da hast du mich eingetroffen. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Hier ist sie. Neck. Moment. Hier. Hier. Sie waren schon bei mir. Na klar. Hier bitte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Bouncy. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier ist ein Foto. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist ein Foto. Ich sage Ihnen das. Hier ist es ein Foto. Hier ist es ein Foto. So, weiter geht's mit Haus. Boah, macht das Gehör. Boah da raus, Digga. So. So. So, die Haltestelle ist auf der anderen Seite. Das heißt, ich nutze. So. 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 Rapper wieder rein. So. 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 Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön. Vom Planetarium aus sieht man den Hafen. Du solltest es mal besuchen. So, jetzt geht es hier links. Ja, ist halt manchmal so. Herzlich willkommen in der Welt der Busfahrer. Sonst schafft es nicht immer glücklich. Ich glaube, meine Fahrt hat zuerst abgelaufen. Halt. Du bist nicht auf den Kanal. So. So. Let's go. So. 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 Es läuft doch nicht alles klar, jetzt müssen wir es nicht mit diesem Bus gehen. Hinter ist die Gillette. Leider nein, noch nicht. Boah, sie hat ja nicht schon so Gillette sein. Ich glaube sie sind 17. Sogar ist dann gleich der Zahltag. Ich habe es doch zumindest was er verdient hat mit der Runde hier. Keiner. Keiner will eine Fahrkarte. Oh, ich habe geträumt, ich muss doch raus. Ja, nichts halbster. Keiner, ich sehe jetzt der Gillette. Danke, alles gut. Ich habe es in Berlin. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Eine Fahrkarte, eine Fahrfahrkarte. Danke. Oh. Sollte ich jetzt keine Absicht? Na, tschüss. Sind Sie jetzt von mir? Fakt hat heute aus. Jetzt gehen wir nicht alle. Boah, ernsthaft. Jetzt hast du wieder irgendwelche Leute, die jeder Tür stellen müssen. Stehen wir mal auf. Sollen wir mal auf, damit was durchgeht. Ah, jetzt geht das schon mal los. Jetzt geht das schon mal los. Das ist so typisch jetzt noch mal, dass das... Ich war letzte Woche mit meiner Mutter in der Stadt shoppen und habe mir die süßen Schuhe gekauft. Na klar, hier, bitte. Das meine ich gar nicht, ich meine ja nicht den Typen hier. Hey, ich schmeiß die Scheiße gleich weg. Gehen wir nicht auf, wie sie gesagt haben. Das ist aber so ziemlich schön. Ja, das ist mir schon klar. Aber das Problem ist einfach, dass du jetzt wieder... Ah ne, geht ja weiter, okay. So. Entschuldigen Sie. Hallo. Das ist typisch, also kurz vor dem Innen hast du dann nochmal irgendwelche Leute, die da mal in der Tür stehen zu müssen. Hey, bitte. Ihr geht weiter. Ihr steht doch sowieso schon hin. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich euch ja natürlich... Jetzt hab ich auch... Bist ihr vorbei? Äh, jetzt gehts wieder nicht weiter. Och, Mann, ey. Danke schön. Ihr geht mal weiter. Oh, ey. Oh, ey. Bist du halt. Marina. Ist doch passiert halt. Ne, jetzt hätte ich doch nicht schön sich so jetzt. Okay. Sag, Alter. Es lief heute so ein bisschen alles schief, was... Ja, du... Steh da einfach nur blöd in der Gegend rum, ne? Ich sag ja, so Dinge, die einfach... Nein. Ich sag nichts mehr. Alles gut. Das war auch meine Schuld, muss ich sagen. Ich bin da ein bisschen zu happy. Aber ja, hat um die Kurve gefallen. Ich fasse bestimmt nochmal einen Rollstuhl dazu. Aber die hast du nicht. Ist mir egal. So, Haltestelle ist ja gerade ausgeworfen. So, Haltestelle ist ja gerade ausgeworfen. St. Anthony Church. Oh, keiner, der eine Fahrkarte will. Okay. Mal so. Haltestelle ist ja gerade ausgeworfen. So, jetzt halte ich das St. Anthony Church. Und dann haben wir es. St. Anthony Church. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die lange Route hier durch mit 17 Haltestellen insgesamt. Und mehr oder weniger einigen Dingen, die schief gelaufen sind. Ja, und die... So, jetzt alle mal an. Ausstürfen. Ich zeige Ihnen meine Fahrkarte. Aber nicht anfassen. Noch einer. Das hat sich gelockt. Na klar. Wenn schon scheiße alles läuft, dann kann ich über die Bisschen den Frust hier auslassen. Dinge, die man jetzt muss natürlich nicht machen. Das weiß ich auch. Sie haben meine Fahrkarte schon. Und der nächste. Na klar, hier, bitte. Ich liebe den Geruch von frischem Fisch am Bauch. Und der nächste. Alter, was geht heute mit euch ab? Einen Augenblick. Da. Hier. Bitte. Moment. Hier. Was? Achso. Hier. Perfekt. So, Kurt von der Eiligstelle. Einfach mal hinterher. Und dann haben wir einen schönen Fahrgast gedrückt. Und dann insgesamt sechs Schwarzfahrer. Aua. Aua. Ich weiß es. Ich will da mal ein bisschen da sein. So, jetzt steigt alle aus. Ich hab eh Verspätung ohne Ende. 10 Minuten verspätung. Aber es mir jetzt auch scheißegal. 71 Prozent. Na ja. So. Fach eine Route mit Haftung. Das haben wir ja alles schon gemacht. Super. Dann haben wir das. Haben wir schon die Erislaufgabe. Und jetzt müssen wir noch. Äh. Dieses Ding hier nochmal. Bestellen in Goat Island. Mit einem anderen Bus. Mit. Ähm. Ja. Wir machen jetzt immer Feuer. Nächste Folge geht's weiter.